Achtung auf die Dinger zu machen. Ich höre euch schon Klappen. Wir haben dich schon schwer zum Fahrten, hm? Oh Maaan, Nicole, du bist unfair. Wieso? Ich komm doch nicht um. Wieso nicht? Ach so, kein Doppenschrung, oder? Nee. Musst du nur bauen. Ich kann auch nicht überbauen, aber... Muss ich ja. Bau doch das nächste Mal bitte mit Holz zu, ja? Ja. Ich hab' ja heute Alimentar-Hastiger gerade. Das ist nämlich so ein ganz klein bisschen dämlich, wenn du das mit Holz-Latten zu bastelst. Hast du das Latte gesagt? Ja, ich hab' Latte gesagt. Am liebsten trinke ich Latte. Ich bin gleich tot. Das ist doch nicht so, kriegen wir mal irgendwas zu. Ich hab' nichts. Warte, ich hab' was für dich. Ich hab's haltig mal kurz. Du verarscht mich, oder? Leister, komm her. Ich bin noch hier. Hast du? Ja. Oh, ich hab' ja 75... 75 Leben. Ja. Ich bin happy. Nein, du bist alles so. Oh mein, nein. Ich hab' ja so... ...pretty. Oh, so pretty. Oh, so pretty. Ja, ich bin's ja auch. Also... Geh back! Du bist tot. Ja, ne, einfach. Jack was distraught. Hab' ich gedacht, du hast sie verteidigt? Ich hab' sie verteidigt. Aber sie ist durch irgendeinem Mannes gestorben. Hab's noch einfach? Ich glaub' sie ist durch irgendeine Rankel verreckt. Ja. Hab's noch einfach, oder was? Ich mag das gestritten nicht mehr. Ich komm' ja schon. Und... Ja, hol' du sie ab, ich halte aus. Geh! Ich werd' jetzt ein Aldi und geh' zu Aldi. Was? Ach, kapierst du mich? Ne, ich warte. Tada! Ich bin der, der immer stirbt. Der ja immer stirbt. Ne, der, der immer stirbt. Nicht der, der am Ende stirbt. Ne, vielleicht musst du dir echt mal merken, hier. Oh, so was schießt. Alter, wo kam der Pfeil jetzt her? Komm mir nicht. Dududu. Scheiße, ey. Was? Boah, die umzingeln mich langsam. Bei uns. Ja, bei mir auch. Ich komm' mir zu Retter, Kuss. Ja, Alter, komm zu Retter. Was, soll ich fein' dabei deshalb? Weißt du's einfach nicht. Sie ist Jack Bauer. Hä? Wer? Von 24. Hä? Wer ist das? Nein, oh Gott, ne. Kennt ihr 24 nicht? Ne. Das ist ne Zahl, oder? Das ist ne bescheuerte Zahl, ich mag sie nicht. Die Zahl 666 ist besser. Weiß man sofort auf was du stehst. Weiß ich doch nicht. Sie hat angefangen. Schnapszahlen. Ich mag Schnapszahlen. Gute Nacht. Hä, auch ohne Zahlen? Ne. Ich zahle nie. Ach, du magst Schnapszahlen? Na ja, dann hol mir mal zwei Bullen. Wenn du schon bezahlen magst. So. Du konntest mit dem Hex-Apparat nehmen? Ich nicht. Schleeech. Ich fass, weil ich keine Pistolen hat, ey. Donut? Hm? Donut? Schade, dass ich hier nicht weiterkomme, weil... Scheiße. Pistolen hat. Du hast Pistolen hat gesagt. Ich hab Donut verstanden. Ja, jetzt lass es zu. Jetzt die weiterkommen, ja. Besser hast du keinen Bogen, oder? Doch. Du nutzt den ja auch am besten. Bla, bla, bla. Jetzt kommst du, wie jetzt wird's noch klar. Wow, wow. Du kannst hier auf die Kranz halten. Wow, 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 wow. So, kommt hier. Dann kannst du das gleich rausdrücken. Dann muss ich weinen. Haben wir eigentlich eine große und eine kleine Welt? Eine große. Eine Rehsiegel. Scheiße. Stirn! Entweder unten ist die Küchenmaschine an, oder Mama föhnt sich die Haare an. What the fuck? Waaas? Ach, du kommst mal raus. Ich komm hier nicht gleich... Ich komm mal raus. Also... Komm mal raus, Alessa. Wie komm mal nicht mehr raus? Weiß ich. Na los, bring auf. Jetzt raus hier, schnell. Wollte ich dir eben zu lange hier zu bleiben. Mama. Huah, fahr dich runter, Alessa. Keine Angst, ich fahr schon nicht. Wup. Wup, 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 wup. Wups, Alter. Kommst du auf alle Fahne? Maga. Ganz, Alter. Halt! Ich will mich nicht. Halt drauf! Pass auf! Komm hoch! Ich bleib einfach mal hier und beschütze... Komm, komm, komm. Euch während ihr da... Komm wir raus. Seht zu! Wie macht keine Rumpen? Da haben wir's mit dran und wackel oder so? So. Tu's nicht Alessa! Komm, tut nicht! Nimm die scheiß Facke da weg, ey! Nee, 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 du bleibst da drin! Komm, komm, schnell drück hier! Ich glaube, Corruption ist ein bisschen grö... Du bist tot. Ach nee, Jack ist tot. Mal wieder. Okay. Nein. Aber ich hab eigentlich alle Lächer zugebastelt. Hast du Lackmesser? Wir können halt nur noch aus der Luft spawnen, dann musst du einfach rennen. Wollte sagen, ich suche so, ich renne, okay? Läffer? Läffer? Hallo? Ähm, ich glaub, sie hat gerade gesagt, sie wurde berufen. Kannst du? Ne, sie rennt. Ah, ich seh's. Sie ist jetzt einfach nur nicht gesprächig. Darüber frage ich mich echt, warum. Meine Sterben kann jeder. Ja. Aber nur ein guter Teil, ne? Ja. Da... Oh, nein... Oh, nein! Ente. Du bist zu Ende. Was hast du denn gleich raus hier? Ich hör einen. Ja, da ist einer. Der Wohrer. Das ist ein Bücherwurm. Ja, hab ihn. Platsch. Platsch. Ich geh's ruhig nur hol einfach, ne? Geh nur weiter. Immer doch. Ich hab nen Wurmzaun. Ich freu ihn nur auf Wummschwanz. Dann kann ich zu Harry Potter gehen. Besser ich ruhig ab, ne? Besser Antwort bitte mal. Alles auf! Wie siegt sie denn denn mehr? So freu ich dich nicht gerade. Nee, sie bewegt sich nicht mehr. Ich glaube aber auch nur, weil sie gerade Leben regeneriert. Nee, sie hat volles Leben. Die gucken was hoch ist, ne? Juuu. Bam. Wurde ihn ein paar Sterne mit Klapphofen wechseln. Dann lässt er nicht Mana kriegt. Es wird Tag. Ja? Ja. Kann ankommen dann. Äh, noch nichts zu ne? Ach ne. Es wird nicht Tag. Ich bin nur einfach das Gebiet gewechselt. Da muss ich mich noch wieder dran gewöhnen. Ungewöhn? Dass die Gebiete wechseln. Ich brauche mich kurz ein. Ganz kurz gucken wir mal das alles, ne? Ja, mach das. Ja, liebe Zuschauer, jetzt bin ich wohl alleine. Green Sorrow bewegt sich nicht mehr. Und ich kämpfe verdeckt gegen Zombies. Ich merke schon, die erste Folge wird leicht langweilig werden. Uuuu. Ihr seht es zwar gerade nicht, aber ich baue gerade Kupfer ab. Spannend. 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 Stirbt. Das ist echt toll, wenn die beiden sich nicht bewegen. Gar nichts. Solange die auch schon draußen sind. Oder sich einbuddeln. Langweilig. Und ich schätze mal, der Greensoro ist wieder da. Hi, sorry, wegen ihm gerade... Gar nichts. Äh, ich musste mich umdrehen, dass ich jetzt veranderung. Und? Das ist wundervoll. Ein der hunderte Scheiß gebaut. Ah, das ist toll. Das schafft Laune bei. Ich bin noch nicht sonderlich... Ich bin noch nicht sonderlich weit vorgedrungen. Nee, ich... Ja, das ist immer noch Nacht. Neumond, ne? Kann sein. Ja, wenn die... Äh, so viele Augen... Du hast nur, wie viele Augen hast denn sie jetzt gerade? Hm. Dann neumond spawnen mir Dämonenaugen. Hallo, Willkommen zurück Alessa. Jaaa, ich hatte gerade nen kleinen Hund bei mir im Zimmer. Und dann musste ich den mal eben entfernen. Schiffgelieb. Steuern und Alt entfernen, ne? Alter 4. Ja. Braum abbrechen. Du, Alessa? Ich hol dich abheben, ne? Nein, du musst Alter 4 auf die Tür machen. Schließen. Aua. Es wird Tag. Ja, ich kann ja bei unten nicht die, ähm... die Tür... so einer Treppe da schließen. Wieso? Ha, ich hab Kopfschmerzen. Ich hab's nicht zugemacht. Ja. Weil Merlin war ja erst nach oben und damit er wieder hochkommen kann, wenn er will. Ja. Wenn da fahre ich hochgehen. Die haben einen Zauberer zum Besuch. Hä? Äh, äh. Der Hund hat Merlin. Und der kann machen den Lubschding. Ja. It's a kind of magic. Und er ist Hundini und kann ausbrechen. Ja. Komm, mach ich abgehauen. Ja. Nein, jeden... Jedenfalls, ähm... hatte ich nen Hund im Zimmer und... ich hatte erst Merlin hier oben, so. Und wollte ich, dass er auch wieder hochkommen kann, wenn er will. Weil unten war keiner, der bei ihm war. Oh, wie traurig. Ja, ganz traurig. Nee, ich hab keinen Bock, dass unser Heu so da unten rum sitzt. Und dann bist du wieder nach oben gegangen. Ja. Das schafft unser Heu, ja. Aber die Art wie er heute ist. Grau, ne? Jedenfalls hab ich ihn, dass er wieder hochkommen kann. Und jetzt ist Bonnie aus dem Wohnzimmer gekommen. Und ist dann einfach hier hochgelaufen. Sowas aber auch. Haben die Hunde bei euch verschiedene Rechte, oder was? Ja. Nein. Bonnie saß im Wohnzimmer. Ja. Sag mal so. Die haben kein bisschen die Rechte, wollen ja einfach andere Verdauung. Wenn du musst, dass ich verstehe. Ja. Wie mit den Politikern. Das erklär ich ein andermal. Meister, was die Politikern auch nur dahin, wo ihre Verdauung nicht dazu zwingen könnte, den Boden voll zu kacken, oder was? Nein. Oder... Manche sind korrupt, aber man hier nicht. Was? Hä? War ich ganz korrupt? Ja, ganz korrupt. Weißt du, so wie stinkt. Elfa war nicht zu schnell. Ich muss... Ok, rennen lieber, rennen lieber, rennen. Ich weiß nicht, rennen. Ich komm mich um die Viecher hier. Jo. Das lieb von dir. Aber jetzt rennst du grad vor. Ich weiß, ich muss... Schieben. Wir sind fast durch Elfa. Ja. Ich hab die Leute draußen geübt. Ich krieg den Dings, ne? Äh... Eiltrack, ne? Ja. Weil ich ein bisschen dann überlebt hab. Und jetzt der Schleim macht mich fertig. Ja, ist klar. Dann... Ich bin jetzt frei, ey. Nur nur über den Seer und dann so raus. Ich bin jetzt frei. Ich bin jetzt frei. Ach so. Der ist zu. Mano. Wollt absaugen. Ich glaub sie noch mal sterben. Los, rennen, weiter. Ich muss die Viecher. Kupfer. Nyauuu. Nyauuu. Komma. Komma. Links rumgesprungen. Mein Fresse. Geh los ab. Volle Kau. So da ist ein Halt dran. Heitzau da raus. Jo. Er hat wieder gesehen. Mein Messer, mein Messer! Es war Spaß mit Messern rum, ey. Mit Küchenmesser. Ah, wir werden verfolgt. Du wirst verfolgt. So? Nee, das hab ich auch nicht.